Weiter beim Vergleich. Arthur, du willst nochmal aus deiner Sicht über Europa sprechen. Den meisten ist ja bekannt, dass Arthur momentan in ganz Europa rumfliegt und die einzelnen Beratungen in den Ländern macht. Und hier Mediationen und dort Mediationen, sogar auch in Vorazien längere Zeit. Arthur, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich habe es ein bisschen ausgedehnt, Ali, ich habe geschrieben, die Welt der Mediation. Aber das muss nicht bedeuten, die Mediation in der Welt. Vieles, was gesagt wurde, ist schon die Zusammenfassung von dem, was ich sagen wollte und deckt sich sehr mit dem. Ich will versuchen, meine Sicht darauf zu schildern. Und wenn ich von Welt der Mediation spreche, ist die Frage, heilt die Mediation oder teilt sie sie? Und wenn wir uns anschauen, was wir Verbände, alles Profimediatoren mit uns machen in Deutschland, dann denke ich, da ist auch sehr viel Teilung dabei. Und wenn wir vergleichen und gucken, immer mit der Bewertung, das ist gut und das ist schlecht, denke ich, ist das des Mediators nicht wert. Wir können sehen, was passiert und wir können es zur Kenntnis nehmen. Aber letzten Endes müssen wir das machen, was wir selber für richtig halten. Und wir müssen nicht einfach das übernehmen, was irgendwo woanders funktioniert hat oder auch nicht. In der Mediationslandschaft, also ich bin auch im Deutschen Forum für Mediation, das ist der Erklärte Dachverband, wobei das schon wieder sehr provokant ist für andere Mediationsverbände. Wir neigen dazu inzwischen zu sagen, es gibt die forensische Mediation, das heißt die, von der wir hier eigentlich die ganze Zeit reden. Das ist nicht die Gerichtsmediation, sondern das ist die Mediation, die gerichtliche Fälle ersetzen soll. Und daneben gibt es einen viel, viel, viel größeren Bereich von mediativen Fällen oder von Fällen der Mediation, beispielsweise im innerbetrieblichen, die niemals ans Gericht gingen. Und die Frage ist zum Beispiel, worüber reden wir denn hier, wenn wir über Mediation sprechen? Und es gibt streitige Diskussionen in den Verbänden, wir sagen zum Beispiel, lass uns doch erstmal klären, was Mediation ist. Alle winken ab und sagen, wissen wir schon längst und ich sage, ich weiß es nicht. Weil was ist, wenn wir von Mediation sprechen? Sprechen wir von Haltung, von Ideologie, von Verfahren und welcher Art Verfahren meinen wir? Alle Fragen sind offen, aber wir sind alle daran, Gesetze und Regeln zu machen, die andere binden. Diese Karikatur liebe ich sehr, die hat Herr Heinig gemalt, aber das Motiv habe ich Ihnen vorgegeben. Und die Frage, die ich immer stelle, ist, wo ist der Mediator? Viele kennen das schon, deswegen, ja oder gucken Sie mal, was meinen Sie, wo ist der Mediator auf diesem Bild? Die, die es von mir wissen, müssen es ja nicht sagen. Können Sie das Bild deutlich erkennen? Ich kann es erläutern. Also man sieht hier die beiden Parteien und das war immer, ich bin ja auch in meinem Herkunftsberuf Richter und für mich war es immer sehr beeindruckend, wenn eine Partei meistens mit einem dicken Pilotenkoffer ankam, das war so demonstratierte Macht an Argumenten. In der Mitte, also beide haben diesen Pilotenkoffer auf den Knien, symbolische Argumentationsmacht. In der Mitte ist die Mauer, die also symbolisiert, man sieht die Gegenseite nicht, man ist verblendet. Dann steht da ein Spiegel und da vorne sitzt jemand. Und die Frage ist, wo ist der Mediator? Hinter dem Spiegel. Ja, man kann die Hände sehen, wenn Sie ganz genau hingucken, man sieht nur die Hände des Mediators. Der Mediator ist selber gar nicht sichtbar. Ja? Dieses Bild, muss ich jetzt sagen, repräsentiert aber ganz sicher nicht das, was Manus eben von Amerika erzählt hat. Es ist auch eine bestimmte Art von Mediation. Und wenn wir mal hinschauen, also wir unterscheiden vier verschiedene Arten von Mediationen, wahrscheinlich deswegen, weil die aus vier verschiedenen professionellen Situationen kommen. Wir haben die Faciliative Mediation, das ist eigentlich der Ursprung Mediation, das heißt das vereinfachte Verhandeln. Dann haben wir die Evolutive Mediation, das ist die sehr am Juristischen Ergebnis orientierte Mediation, die also durchaus auch die Perspektive auf den juristischen Ausgang des Verfahrens mit einbringt. Und dann haben wir das mehr von dem Psychologen kommende, oder von dem Pädagogen kommende, transformative Element. Das heißt, die Mediation baut darauf auf, dass die Parteien einen persönlichen Entwicklungsprozess haben, hin zur Autonomie, um dann selbstständig Entscheidungen zu treffen, ohne dass der Mediator ihnen dabei behilflich ist, die Entscheidung zu treffen. Er hilft ihnen nur, die Erkenntnisgrundlagen für die Entscheidung in sich selber zu finden. Diese Mediation würde dem Bild eigentlich entsprechen. Und dann gibt es eine Narrative Mediation. Das ist eine Mediation, die mit der Technik des Geschichtenerzählens verknüpft ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Sie sind alle Profis. Was wir machen, ist eigentlich ein Mix aus allem. Meine Aufgabe ist es, Ihnen was über internationale Dinge zu erzählen. Und ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Meine Kenntnisse davon sind, wie Ali sagte, weil ich in verschiedenen Ländern tätig war, als Berater und Experte und Gutachter, zuletzt in Kroatien. Und wir hatten immer die Aufgabe, Best-Practice-Models zu empfehlen und dabei auch den Vergleich zu ziehen mit anderen Ländern. Was auffällt ist, der Konflikt, den gibt es überall auf der Welt. Und im Prinzip ist auch überall gleich. Und Sie kennen dieses Bild, ich wollte es nicht so deutlich malen, dieser Eisberg, wo man nur die Spitze sieht, des Konfliktes. Und der richtig dicke Konflikt ist auf der Emotion-Ebene verborgen. Man muss sehen, auch wenn der Konflikt gleich ist, das ist also, was jetzt schon sehr deutlich zum Ausdruck gekommen war, die Justiz ist es nicht. Die Justiz ist überall anders. Und wenn wir unterscheiden, dann haben wir in erster Linie zu unterscheiden das angelsächsische System und das kontinentale System. Und ich werde Ihnen nachher ein paar Einblicke geben, ja, Mannes hat es schon voll gemacht, viel besser als ich das kann, wo der gravierende Unterschied zwischen den beiden Systemen ist. Was wir auch gehört haben, deswegen kann ich mich an diesen Punkten sehr kurz fassen, die Justiz hat Einfluss. Und was viele nicht wissen, das war auch Gespräche, die ich mit Dr. Bamberger hatte zum Thema, als ich sagte, die Justiz beeinflusst den Markt. Dann sagte er, wir sind die Justiz und wir sind kein Wirtschaftsbetrieb. Aber was Professor Neuert sagt und ihn auch ausführen kann, ist, die Justiz ist Teilnehmer am Markt, ob sie das will oder nicht. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Und die Justiz beeinflusst nicht nur den Markt, sie beeinflusst auch andere Bereiche. Ich habe mal eine Liste gemacht, die Kultur haben wir eben auch schon gesehen, das tolle Gutachten von Professor Neuert, was sagt, die Streitkultur ist verbessert worden in dem ganzen System. Oder wenn ich auf Jürgen gucke, Kochner Modell, was verändert das die Welt? Das Streitverhalten wird verändert, habe ich gerade gesagt, die Politik aber auch. Und was mich so erstaunt ist, die Politiker reden viel von Mediation, aber das machen sie selber. Ich war auf einer Konferenz in Paris vor kurzem, das fand ich sehr beeindruckend. Da ging es um Ombudsmänner und der Kollege aus Holland sagte, 98% der Bevölkerung wollten die Gesetze befolgen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Das sei nur eine Frage des Verständlichmachens der Gesetze. Also wenn ich an unser Steuerrecht denke und an die Straßenverkehrsordnung, weiß ich nicht, ob ich das so will. Also das heißt, Einflüsse bestehen auch da, aber die Politiker scheinen vielleicht etwas resistent zu sein, gegen die Vorstellung, Mediation selber zu üben. Und wenn man sieht, wie die Parteien sind, also wenn ich keine SPD wählen will, muss ich die CDU wählen, obwohl ich sie gar nicht wählen will. Ja, das heißt also, hier ist Kommunikation im Prinzip gar nicht möglich. Und ich weiß ganz genau, wenn die SPD A sagt, muss die CDU B sagen. Wo ist hier das mediative Element? Das gibt es nicht, genau. Ökonomie haben wir gesagt. Und natürlich hat die Justiz auch Einfluss auf den Menschen. Und was man nie vergessen darf, und das ist ein großes Problem, sage ich mal, in Deutschland für uns Mediatoren, die Justiz in Deutschland, und das kam auch sehr überraschenderweise für mich, aus dem Gutachten von Professor Neuert heraus, die Justiz in Deutschland hat einen sehr guten Ruf. Und das ist das größte Hindernis, glaube ich, für uns Mediatoren. Wir haben gesehen, in Amerika, es ist halt die Unwägbarkeit der Justiz, die motiviert, in Mediation zu gehen. Aber in Deutschland ist die Justiz sehr gut berechenbar. Und ich gebe Ihnen jetzt eine Frage, über die Sie bitte nachdenken. Wer will schon eine funktionierende Justiz haben? Niemand. Ja? Ich sage aber nicht, warum das niemand will, das können Sie sich überlegen. Es wäre aber zu kurz gedacht, zu sagen, die Justiz beeinflusst. Es ist umgekehrt auch. Das heißt, immer der Ruf, die Justiz soll was machen oder andere sollen was tun, ist kurz gedacht, es geht in beide Richtungen. Die Justiz wird auch beeinflusst. Und wir sehen ja gerade, was in Rheinland-Pfalz passiert. Es verändert sich ja alles. Wie der Richter seine Haltung verändert, dadurch, dass er eine meditative Ausbildung macht. Und was macht es dann mit den Fällen, die er macht? Was macht es mit den Parteien? Und was macht es auf lange Sicht mit den Kollegen, die er hat? Es wird auch Veränderungen herbeiführen. Vielleicht nicht so schnell, wie wir das wünschen, aber ich sage immer, Mediation ist wie ein Virus. Wenn der mal irgendwo sitzt, der geht nicht mehr weg. Wie er sich dann auch immer darstellt, aber er ist in der Welt. Natürlich beeinflusst die Justiz auch die Mediation. Das haben wir heute in dem Gutachten sehr deutlich gesehen. Vielleicht mehr als wir denken. Und ich habe sehr viele, ja, wie soll ich sagen, angstvolle Bemerkungen gehört, schon vor längerer Zeit von Mediatoren über gerichtsnahe Mediation. Das sind Angstbilder. Mediation nimmt Markt weg, das stimmt. Und, aber wo kein Markt ist, kann ich auch nichts wegnehmen. Das muss man auch sehen. Das heißt, wenn Markt da wäre, denke ich, wäre die Aussage zutreffend. Aber solange noch kein Markt existiert, kann ich auch nichts wegnehmen. Das heißt, in der Phase ist die Justiz eher marktbereiter, als jemand, der Markt verhindert. Das muss man einfach so sehen. Die Mediation beeinflusst die Justiz. Und ich denke, gerade das Thema Integrierte Mediation zeigt sehr deutlich, wie sehr das gelingt. Und die Frage ist, wenn wir anders miteinander kommunizieren, brauchen wir dann überhaupt Justiz? Es gab, wenn Sie die Konfliktevolution von Professor Schwarz kennen, der sagt, das Gericht, die Delegation ist eine Stufe vor dem Konsens. Das heißt, der Konsens kommt erst, das ist, was Manus sehr deutlich gesagt hat, wenn die Delegation, das heißt das Gerichtsverfahren, als chancenlos angesehen oder gescheitert ist. Es gab ein Projekt in Nürnberg, das hieß A.B.E.R. Und die hatten als Slogan, den man auch auf vielen Webseiten der Justiz sehen konnte, probier doch mal die Mediation, wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, du kannst ja immer noch ans Gericht gehen. Überlegen Sie mal, ich würde sagen, wie es aus meiner Sicht logisch und richtig ist, probier doch mal das Gericht, wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, du kannst immer noch eine Mediation machen. Was wir dann lernen ist, durch die Mediation, also wir Juristen, wir Richter, durch die Mediation ist, wir bilden uns ein, das Gerichtsverfahren sei ein Verfahren auf der Sachebene. Was ist die Mediation für ein Verfahren? Ist es ein Sachebenenverfahren oder ein Verfahren auf der Emotionen-Ebene? Ja, ist eine spannende Frage. Eigentlich ein Sachverfahren, weil letzten Endes soll eine Sachentscheidung getroffen werden. Wir haben in der Mediation halt nur auch gelernt, mit den Emotionen umzugehen und soweit ist auch ein Verfahren auf der Emotionen-Ebene. Das heißt, über die Mediation wird im Prinzip eine zweite Ebene abgebildet, die von den Juristen einfach mit dem Satz abgeteilt wird, Emotionen gehören hier nicht hin und wenn Sie heulen müssen, machen Sie das zu Hause. Oder aus dem Business-Bereich kenne ich den Satz, der verdient so viel, der soll seine Emotionen zu Hause lassen. Probieren Sie das mal. So, das heißt, über die Mediation kriegen wir ein Verständnis, das heißt, weniger über die Mediation als über die Kenntnis von Kommunikation, kriegen wir ein Verständnis dafür, dass die Sachebene nicht die einzige Ebene ist und dass wir eben die Emotionen nicht zu Hause lassen können. Die haben wir halt immer dabei, mehr oder weniger. Aus der Welt des Kunden, die wir leider überhaupt nicht im Blick haben, sieht die Welt aber so aus, aus der Sicht des Kunden. Das heißt, es gibt noch eine Ebene, die eigentlich nie so richtig im Gespräch ist, weil die ist eigentlich über die Verfahrensvorschriften mehr oder weniger definiert. Und wir halten die Verfahren für vollständig, aber leider sind sie das auch nicht. Das ist die strategische Ebene. Wenn man sieht, aus der Sicht des Kunden, also das Bild zeigt einen Zeitstrahl, auf dem Zeitstrahl sind die verschiedenen Nachfragephasen, also die Phasen, die ich brauche, um das eine oder andere nachzufragen. Und auf dem Feld über den verschiedenen Phasen, da sind die verschiedenen Angebote. Und die Pfeile deuten an, die Richtung, in die diese Angebote gehen. Das heißt, wir haben in der Phase 1, wo wir uns informieren, nachdem der Konflikt eingetroffen ist, was habe ich eigentlich für einen Konflikt. Das ist die sogenannte monatische Phase, wo ich den Konflikt mit mir selber ausmache. Wenn ich kein Ergebnis finde, gehe ich in die Phase 2. Das wäre dann die dieartige Phase, wo ich einen Berater dazu hole. Das kann auch der Freund sein. Und dann ist es meistens so, die eine Partei sucht den Freund, der sie unterstützt, die andere Partei sucht den Freund, der sie unterstützt. Aber die Zielsetzungen sind völlig kontrovers. Wie kann man da sich einig werden? In der dritten Phase, die dann die triadische Phase ist, kommen dann Richter und Mediator dazu. Aus der Welt des Kunden ist das eine völlig unübersichtliche Landschaft. Und die Gedanken, die wir uns machen, sind den Kunden meistens fremd. Die Anwälte unter Ihnen wissen, sie dürfen nur eine Partei vertreten. Aber erklären Sie das den Parteien, die beide zu Ihnen kommen, sagen, wir sind uns doch einig. Wieso dürfen Sie nur eine Seite vertreten? Das heißt, die Welt auf unsere Produkte aus der Sicht des Kunden sieht völlig anders aus. Und wir sollten anfangen, dessen Sicht wahrzunehmen. Wenn wir das tun, dann fällt auf, dass es ja eigentlich fehlt, ein Verfahren, was den Weg über die ganzen Verfahren zeigt. Also im Prinzip ein Metaverfahren. Ein Verfahren, dem es gelingt, die verschiedenen Verfahren zusammenzubringen und zu sagen, ja okay, wenn du kooperieren willst, gehst du da hin, wenn du konfrontieren willst, gehst du da hin, wenn du beides machen willst, gehst du da hin. Witzigerweise ist das Gerichtsverfahren das einzige Verfahren, was alle Strategien beherrscht. Die Mediation kann nur kooperieren. Das Gericht kommt immer in den Verdacht zu konfrontieren, aber das stimmt nicht. Im Gericht machen wir auch sehr viele Kooperationen. Jürgen kann das bestätigen. Ja? Bitte sag jetzt ja. Ja? Okay. Gucken wir jetzt darauf, wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen Ebenen um. Also ich sagte, die strategische Ebene, die haben wir noch nicht so im Blick. Das kommt vielleicht mit der Idee der integrierten Mediation. Aber wir haben im Blick die Sachebene und die Emotionenebene. Und im Moment, weil das an Verfahren gebunden ist und nicht an Strategien, werden diese beiden Ebenen auch dementsprechend scharf voneinander abgegrenzt. Das ist eine Terminologie, die habe ich eingeführt, aber die ist wissenschaftlich etabliert, im Handbuch für Mediation spätestens zu lesen. Mit reiner Mediation meine ich eigentlich die Mediation, von der wir hier ursprünglich ausgegangen sind und auch reden. Das heißt, zwei Parteien entscheiden sich zu einem Mediator zu gehen und geben ihm den Auftrag, als Mediator sie dabei zu unterstützen, eine Lösung zu finden. Das wäre also im Prinzip das Verfahren der reinen Mediation. Wenn das Verfahren aber im Gericht angefangen hat, was die Mehrzahl der Fälle betrifft, und der Richter will jetzt die emotionale Ebene abdecken und er meint, das würde in der Mediation gut möglich sein, dann verweist er die Fälle in die Mediation. Zu Beginn fing es an mit der gerichtsnahen Mediation, das heißt, er verweist die Fälle an einen externen Mediator. Es gibt sehr viele Projekte, die wir in Deutschland gemacht haben. Das bekannteste war das in Stuttgart, in Baden-Württemberg von Professor Haft. Und die Erfolge der gerichtsnahen Mediation sind eigentlich ökonomisch überhaupt nicht wahrzunehmen, nicht ernst zu nehmen, sehr gering. Aus Gründen, die ich nur spekulieren kann, also meine These ist, dass die Richter dauernd angefeindet wurden und ihnen wurde gesagt, ihr könnt das nicht, das trifft die Richter eher tief, haben die Richter dann selbst angefangen, Mediation zu lernen und haben dann gesagt, das können wir auch. Und daraus ist dann das Modell der gerichtsinterne Mediation entstanden. Wobei aber das Verfahren immer noch scharf voneinander getrennt werden. Das heißt, wir haben immer noch auf der einen Seite das reine Sachverfahren, auf der anderen Seite die Mediation, die sich also mit den emotionalen Dingen beschäftigen kann. Und damals war es mindestens so, als das Ergebnis der Mediation noch nicht vollstreckbar war, oder was ich heute gehört habe, zu meiner großen Überraschung, dass der mediative Richter, also der Gerichtsmediator, Richtermediator heißt er glaube ich, dass der sogar Prozesshandlungen entgegennehmen darf, finde ich sehr herausfordernd. Aber wie auch immer, das Verfahren der gerichtsinterne Mediation ist nach der Verfahrenslogik immer noch ein scharf abgegrenztes Verfahren. Das heißt, ich muss jemanden überzeugen, geh doch in ein anderes Verfahren hinein. Und wenn Sie wollen, können wir darüber sprechen, das setzt eine gewisse strategische Reife voraus. Und Sotschan hatte auch gesagt, er findet es nicht gut, wenn man sagt, die Mediation sei eine Alternative zum Gerichtsverfahren. Er nannte das eine Ergänzung, ich sehe es noch anders. Ich sage, die Mediation ist die logische Konsequenz eines scheiternden Gerichtsverfahrens. Weil die Frage ist, warum sollte ich in Deutschland, wenn ich gute Chancen habe, ein Gerichtsverfahren zu gewinnen, in die Mediation gehen? Und ich weiß aus Studien aus Holland, dass die Argumente zum Verweis in die Mediation nicht sind, die Mediation sei billiger und schneller. Also erstens denke ich, das stimmt auch so nicht. Zweitens ist das den Parteien nicht so wichtig, wie man glaubt. In Holland hat sich herausgestellt, dass das Argument für die Überweisung des Verfahrens in die Mediation das Argument der Nachhaltigkeit ist. Das heißt, die Vorstellung, dass ich mit dem Gerichtsurteil ja nicht das Ergebnis haben kann, was ich will. Also in Familiensachen wird es sehr deutlich, wenn ich ein Kind habe und ich habe ein Urteil, bei dem ich obsiege, ich sage mal, ich bekomme ganz viel Unterhalt von meinem gegnerischen Partner, kann ich damit rechnen, dass der sich recht mit dem Umgangsrecht. Das heißt, wenn ich also jetzt an das gesamte System denke und ich will ein gutes Ergebnis haben, brauche ich ein Stück Fortgang von Beziehung. Das heißt, ich muss ein Verfahren wählen, in dem die Beziehung nicht zerstört wird, sondern eher konstruktiv wieder aufgebaut wird. Und da ist das Gerichtsverfahren nicht unbedingt immer das beste Verfahren. Das heißt, wie schaffe ich das, jemanden zu überzeugen, dass ein kooperatives Verfahren das Bessere ist, wenn er doch selber die Erfahrung gemacht hat, dass die Kooperation scheitert. Also wenn ich auf meine V-Gucke, die hier vorne sitzt, und ihr wollt mich überzeugen, geht doch mal in die Mediation, dann sage ich, ja, ich würde ja, aber mit der geht das doch gar nicht, mit der kann man doch gar nicht reden. Also bitte nicht ernst nehmen, mit ihr kann man sehr gut reden, ja. Aber das ist das Problem. Das heißt, wir haben ja schon eine Erfahrung von Kommunikation. Ich weiß ja, dass man mit ihr nicht reden kann. Und jetzt kommt der Mediator und sagt, ja, ich habe es aber gelernt. So, ist das jetzt wirklich überzeugend? Die integrierte Mediation hat einen etwas anderen Ansatz. Und ich komme gleich nochmal drauf. Ich wehre mich dagegen, dass man sagt, integrierte Mediation sei eine Anwendung von mediativen Techniken im Gerichtsverfahren. Das ist garantiert nicht der Fall. Weil Sie werden sehen, wenn Sie Techniken im Gerichtsverfahren anwenden, es verbessert das Klima, aber es führt nicht zum Konsens, weil das strategische Moment einfach fehlt. Weil solange ich im Nullsummenspiel bin, habe ich zwar ein nett formuliertes Ergebnis, aber es ist immer noch das Ergebnis eines Nullsummenspiels. Und meine Strategie ist immer noch die eines Nullsummenspiels. Und die Strategie im Nullsummenspiel ist garantiert nicht die Kooperation. Das ist die Vernichtung. Ja, komme ich auf das Internationale. Also ich war in verschiedenen Ländern tätig. Hier ist eine kleine Liste davon. Es waren mehr. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Also den ersten gravierenden Unterschied, den man machen muss, ist der zwischen den angelsächsischen Systemen, also wir müssen nicht nach Amerika gehen, es reicht nur nach England gucken, und den kontinentalen Systemen. Als ich das erste Mal in England war, ich kann also die Fotogalerie ergänzen. Also mein Lieblingsfoto ist das Foto des Gerichtssaals von unserem Freund und Mediationskollegen Gary Friedman, sorry, Gary Lightman. Ich durfte in seinen High Court Hearing Room. Das ist fünfmal so hoch wie hier. Der Richter sitzt ungefähr da. Und wenn ich den Richter angucke, dann ist das ungefähr so. Und wenn der die Anwälte sucht, muss er ungefähr da unten auf der Erde irgendwo suchen. So, in dem Verhältnis ist eine Mediation oder ein mediatives Denken gar nicht möglich. Und Gary Lightman ist ein Verfechter von Mediation, ist sehr bekannt in England auch mit dem Thema. Ich habe ihn dann mal gefragt, ob ich mich mal auf seinen Stuhl setzen könnte, also oben im Himmel. Und dann fiel mir auf, dass er sich so mit Regalen, so kleinen Tischregalen zugebaut hat, dass er die Parteien gar nicht erkennen konnte. Also der, der Kommunikation verfischt, der für Mediation plädiert, hat sich ein Setting gegeben, wo er die Partei noch nicht mal angucken kann, wenn er mit ihnen redet. Das fand ich sehr beeindruckend. Und man kann sich vorstellen, wenn Sie jetzt noch wissen, wie geht das Verfahren in England, es ist komplett anders als in Deutschland, weil in England ist der Richter zum Beispiel nur zuständig für die Sitzung, für die eine mündliche Verhandlung. Das ist ähnlich wie bei uns im Strafprozess. Das heißt, in Deutschland beispielsweise geht der Richter hin und ist von der ersten Sekunde des Verfahrens bis zur letzten Sekunde des Verfahrens zuständig, auch für den schriftlichen Teil des Verfahrens, welches der überwiegende Teil ist. Das heißt, wenn der Richter strategisch denkt, kann er schon mit der Zustellung des Schriftsatzes Einfluss nehmen auf das Verhalten der Parteien. Wenn Sie das mit dem System in England vergleichen, dann ist es zum Beispiel so, dass der Richter in England von diesen Vorverfahren überhaupt nichts weiß. Dann kann es passieren, also es wird gesammelt von einem Clerk, das ist eine Art Rechtspfleger, der sammelt die Schriftsätze, bereitet vor, legt das dem Richter vor, der macht den Termin ähnlich wie bei uns im Strafverfahren, lädt alle Parteien, alle Beweismittel, es wird alles mündlich vorgetragen, deswegen hängen von der Decke immer Mikrofone runter, es wird alles auf Tonband aufgezeichnet. Der Prozess ist komplett mündlich, also es ist ein echtes Verhandeln und jetzt habe ich gerade einen Fahnen verloren, sorry. England war ich. Ja, es ist ein echtes Verhandeln und der Richter, wenn er scheitert, also wenn in dem Termin kein Ergebnis zustande kommt, gibt es einen neuen Termin, da ist komplett nochmal dasselbe, es wird nochmal von vorne wiederholt, es wird nicht fortgesetzt wie bei uns, es wird nochmal komplett wiederholt und dann kommt noch dazu, der nächste Richter kann ein anderer sein. Das heißt, es kann dann wieder eine Situation sein, wo ich mich neu darauf einstellen muss, ich würde so sehen, wie Manus das gesagt hat, die Justiz in England ist unberechenbar, aber sagen Sie das bitte keinem Engländer, der behauptet das Gegenteil. Aber, sagen wir mal, aus unserer deutschen Sicht ist es einfach so, was passiert, ist halt schwer planbar. Da ist natürlich ein großes Interesse, der Parteien zur Mediation zu gehen und die englische Justiz unterstützt das auf eine faszinierende Art und Weise. Es gibt zwei Dinge, die ich sehr beeindruckend fand. Das eine war nach der Wolf-Reform. Die Engländer brauchen nicht so viele Gesetze wie wir und die machen einfach Gerichtsentscheidungen. Und da gab es eine Art obergerichtliche Entscheidung, dass die Partei, die im Vorfeld einer Mediation nicht zugestimmt hat, also Mediation abgelehnt hat, dass die nachher, obwohl sie den Prozess obsiegte, auf allen Kosten hängen blieb. Und die Kosten im englischen Prozess kann man nicht vergleichen mit uns. Die sind wirklich beträchtlich. Das heißt, wenn Sie in England ein Mediationsangebot ablehnen, rächt sich das ganz fürchterlich. Das heißt, Sie gehen also schon mal lieber in die Mediation und lassen sich auf dieses Spiel ein. Was ich auch gesehen habe, in England, die Unterstützung von Mediation ist vorbildlich. Also wenn Sie in England in den Gerichtssaal reinkommen, haben die tolle Plakate, wo über Mediation informiert wird. Und anders als hier, und das ist ein großes Argument für Mediation, ähnlich wie Manus das beschrieben hat, geht der Mediator, oder es sind meistens irgendwelche Vereine, geht in den Wachteraum vor dem Sitzungssaal und darf da Akquise machen. Also er darf da auf die Parteien zugehen, die auf ihren Gerichtstermin warten und darf während sie warten von der Mediation, die Parteien von der Mediation überzeugen. Das wäre, ich glaube, in unserer Vorstellung zu viel Nähe zum Wissen. Aber das ist in England überhaupt kein Problem. Und was auch faszinierend ist, in England macht man Telefonmediation. Das heißt, in den sogenannten Small Cases ist ein Rechtspfleger ausgebildet für Mediation und den können Sie anrufen. Und der ruft dann hin und her an, ähnlich wie Manus das geschildert hat, im Caucusing und überzeugt dann die Parteien davon. Und das ist für die auch alles unter dem Begriff Mediation abgehakt und statistisch ist es wirklich sehr erfolgreich. Ja, Niederlande ist sehr spannend. Also die Idee der gerichtsinterne Mediation, wir denken immer, das kommt von Niedersachsen, das ist nicht ganz wahr. Die Idee kommt aus Holland. Also die Niedersachsen haben das in Holland dann abgeguckt. Und als ich in Kroatien war, war meine Kollegin Marietta aus Holland, sie ist ja eine bekannte Mediatorin. Wir haben natürlich über das Thema ausgiebig diskutiert und Marietta hat mir dann gesagt, also gerichtsinterne Mediation in Holland sei verboten inzwischen. Und der Grund, warum es verboten ist, ist sehr gut nachvollziehbar. Ich fragte sie, sie sagte wegen der Lobby, warum es nachvollziehbar ist, habe ich erfahren, als ich mit Monika, meiner Frau, in Berlin war, beim Amtsgericht, Dr. Pichl, glaube ich, so ähnlich. So, Pichler. Und wir haben ja über Mediation doch gesprochen. Und da ist es so, dass die Gerichtsadministration die gerichtsinterne Mediation nicht mehr unterstützt. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, das müsste sich geändert haben bis heute. Der Grund ist der, und das hat in Kroatien, konnte man das sehr, sehr schön sehen, da gehe ich gleich etwas näher drauf ein. Der Grund ist der, dass die Richter, die Mediation machen, natürlich ihre Arbeit gut machen wollen. Und es gibt seit dieser Evolution, die in Niedersachsen gemacht wurde, begeistert so die Idee herum, dass die Mediation dann für die Justiz kosteneinsparend ist, wenn der Mediator die Mediation in weniger als drei Stunden abwickeln kann. Dahinter steckt die Erfahrung, also es gibt eine Evaluation der gerichtlichen Arbeitsbewertung oder zugerichtlichen Arbeitsbewertung. Jetzt bitte, wenn ich das falsch sage, Pepsi, glaube ich, Meier, ja, Pepsi. Und da kam raus, dass ein Richter durchschnittlich drei Stunden am Fall arbeitet. Witzig ist, wenn man es mit einem Anwälten vergleicht, ist durchschnittlich eine Stunde. Das überrascht jetzt und erschreckt Sie vielleicht, aber das ist ein Durchschnittswert. Das sind auch die Fälle, die sofort sich erledigen, weil die Klage zurückgenommen werden und die einfach liegen bleiben, wo man also keine Arbeit hat. Man wollte dann wissen, wo ist die Arbeitsbelastung des Richters und wie viel arbeitet der woran. Und da kommt dieser Durchschnittswert von drei Stunden her. Das wird jetzt also auch durchschnittlich einfach übertragen. Und da kam dann die Idee her, wir sind in der Mediation, in der gerichtsinterne Mediation, dann garantiert kosteneinsparend, wenn die Mediation in weniger als drei Stunden erledigt ist. Das kam dann zu der irrigen Idee, dass in manchen Ländern gesagt wurde, die Mediation darf nicht länger als drei Stunden dauern, wenn es eine gerichtsinterne Mediation ist. Das ist natürlich eine echte Herausforderung und ich kann Ihnen sagen, ich mache Familienmediation mit Monika zusammen. Wir haben es noch nie geschafft, eine Familienmediation in drei Stunden zu erledigen. Also wir brauchen mindestens zehn. Ja, und je nachdem wie der Konflikt ist, sogar noch mehr. In drei Stunden erledigen wir so Sachen, die halt wenig Beziehungskonflikt ausdrücken oder die man sehr evolutiv erledigen kann. Aber wenn wir eine Mediation in Familiensachen machen, wie wir sie für richtig halten, das wäre eine transformative Mediation, es ist unmöglich, das in drei Stunden zu schaffen. Aber mit dem Kind setzen, es ging noch schnell. Okay, es gibt Ausnahmen. Sodass im Prinzip man sagen könnte, gerichtsinterne Mediation in Familienangelegenheiten ist sowieso sehr fraglich. Dann kommt das Modell von Jürgen Kochner Praxis, die dann im Prinzip die Arbeit verteilt auf verschiedene Instanzen. Und man kann jetzt das mediative Element eher virtuell begreifen, praktisch so von der Metaebene und jeder macht ein Stückchen darin. Dann kommt man mit der Arbeitsaufteilung besser hin. Ja, Kroatien war deswegen sehr beeindruckend, weil in Kroatien gibt es ein Gesetz, glaube ich seit zehn Jahren, Mediation Law is ten years old, ist es? Ja. Und da steht drin, dass der Richter, also zumindest haben wir das so ausgelegt, ausschließlich Mediation verweisen darf in die gerichtsinterne Mediation. Das war ein großer Stress und der Stress war auch Teil unseres Projektes, weil die externen Mediationen, die haben das natürlich nicht gerne gesehen. Fakt war aber, dass in allen Bereichen der Mediation seit diesem Gesetz die Mediation eher rückläufig war, statt dass sie sich vermehrt hatte. Und wir waren berufen, Empfehlungen zu geben und die Fehlerquellen herauszufinden, warum es so war. Wir waren ein Experten-Team von drei Experten, die an der Frage arbeiten. Und wir hatten verglichen dann das deutsche und natürliche System, das englische, das holländische und das österreichische. Wir kamen zum Ergebnis, das war ganz interessant, die Empfehlung lautete, fördert einfach die Lust an Vergleichen, ohne zu differenzieren, in welchen Verfahren und achtet darauf, dass die Qualität der Vergleiche möglichst in den Bereich des Konsens kommt und nicht des erzwungenen Konfliktes bleibt. Dazu muss man wissen, also die Ursache, die wir festgestellt haben für das Scheitern der gerichtsinterne Mediation ist der Pensen-Schlüssel, also die Bewertung der Arbeitsbelastung des Richters. Und in Kroatien ist es so, dass die Richter also erstens mal sich selber das Gefühl geben, sie seien faul, wenn sie kein Urteil machen, das hatten wir in Deutschland auch mal. Dann aber ist es so, dass die Pensen-Bewertung, also ich habe in Erinnerung, der Pensen-Schlüssel war 150 Gerichtsentscheidungen im Jahr. Und ich kann Ihnen sagen, I hope you will not be angry about me now. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein relaxtes Leben. Also wenn ich nur 150 Entscheidungen treffe, das heißt also zweimal dieselben Entscheidungen wären zwei Entscheidungen. Also wir haben Versicherungsfall, das ist, ich sage mal, vom Sachverhalten eine wiederholende Sache, nur die Namen der Parteien ändern sich. Das ist, denke ich, überschaubar. Und wenn er jetzt Hier okay, yes. Und wenn er jetzt einen Vergleich macht, oder wenn er das Verfahren abgibt an einen Mediator, dann ist sein Pensum im Prinzip weniger als ein Drittel davon, das heißt, er müsste fünfmal mehr Fälle erledigen. So, und für den Richter in Kroatien gefühlt war der Verhandlungsaufwand, um die Parteien in die Mediation zu bringen, ungefähr derselbe, wie wenn er verhandelt hätte, um ein Urteil zu schreiben. Das heißt, er hat nicht wirklich eine Entlastung gespürt. Deswegen hat man, da gehe ich gleich noch drauf ein, man hat eine Schnittstelle geschaffen, sogenannten Court Agency. Das werde ich gleich erzählen. Österreich ist noch sehr spannend. Österreich kennt keine Geräte, muss ich die Ballen? Bitte nach, vier. Das heißt? Soll ich Pause mal gleich weitermachen, oder? Ja, mir ist egal. Wollt ihr Kaffee trinken, mal gleich weiter, ja? Jetzt ist mir ein Kaffee jetzt gestellt. Ja, mir ist das recht. Mach mal. Wie lange brauchst du denn noch? Ja, so lange wie du willst. Ja, 10, 15 Minuten würde ich sagen. Boah, 5 bis 10 Minuten. Was? 5 bis 10 Minuten können wir dann noch warten, ist doch kein Thema. Auf einen Kaffee? Ja. Gut, dann mach ich noch weiter. Also machen wir so, auch zwischen 5 und 10 Minuten noch, dann machen wir dann Kaffee. Okay. Okay. Gut, ich kann noch schneller machen. Österreich ist noch interessant. Weil ich in Kroatien einen sehr engen Kontakt mit einem, ja, der führenden Mediatoren in Österreich hatte, ist die Idee der Integrierten Mediation jetzt auch in Österreich angekommen. Und er wird das dem Ministerium dort vorstellen. Und er fand die Idee auch sehr gut. Also in Österreich gibt es nur die gerichtsnahe Mediation in unserem Wording. Es gibt keine gerichtsinterne Mediation. Es gibt das Mediationsgesetz, was Sie kennen. Es schreibt eine Ausbildung von 350 Stunden vor. Und Ziel oder den Erfolg, den man hat, wenn man diese Ausbildung absolviert hat, ist, man wird gelistet auf einer Liste von Mediatoren, die beim Gericht geführt sind. Viele merken, das bringt keinen Umsatz, aber man steht auf der Liste. Das ist ein Stückchen Reputation. Das ist also durchaus gut, wenn ich auf der Liste stehe, weil es zeigt schon mal, dass ich eine Ausbildung habe. Und es ist so, in den Familiensachen zumindest verweist der Richter an die externe Mediation. Meine letzte Information war, immerhin macht Österreich damit einen Umsatz von 2 Millionen Euro. Das heißt, man müsste es jetzt verteilen, wie der Umsatz der Anwaltshonorare wäre, aber der, der mir es sagte, fand das sehr anerkennend. Das heißt, die denken, damit seien sie auf einem guten Weg. Gerichtsinterne Mediation wird dort abgelehnt. Man ist aber so auf der Verwaltungsebene noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis. und ein Umsatz von 2 Millionen ist also nichts, wenn man es mit dem Gesamten vergleicht, sodass da inzwischen so die Idee der gerichtsinternen Mediation weniger als die der integrierten Mediation beachtend findet. Es wird in Österreich sich was tun auf dem Gebiet. Ja, mach es schneller. Wenn wir jetzt mal sehen, die verschiedenen Fälle von Mediation, wie ich es ja eben gesagt habe, es geht darum, im Prinzip eine Konfliktbewältigung durchzuführen, aber wir benutzen verschiedene Verfahren dafür. Das heißt, die Frage ist einfach, wie kombinieren wir die Verfahren, so dass also im Prinzip alle Bereiche abgedeckt sind. Ich habe erzählt von Kroatien und das ist eigentlich außer in Deutschland weltweit so, doch wo es gerichtsinterne Mediationen gibt, also Holland hat es so gemacht, Kroatien macht es so, Slowenien macht es so. Da ist, nachdem die Klage eingeht, verweist der Richter den Fall an einen Court Agent. Man kann sich das vor, also in deutscher Sprache wäre das ein Rechtspfleger, der nichts anderes macht, als im Prinzip in Kroatien hieß es Center of Mediation ist, das heißt im Prinzip die Mediationsabteilung im Gericht darstellt und der ist zuständig für alle Fragen. Das heißt, der Richter hat das Gefühl, das könnte eine Mediation werden, schickt das dem Court Agent, der guckt sich das an und ruft die Parteien an und überzeugt sie von Mediation. Er hat jetzt alle Möglichkeiten, aber weil er ja nicht Sachbearbeiter des Falles ist, ist er immer im Allgemeinen. Er kann nicht sagen, im konkreten Fall würdest du gewinnen oder verlieren, aber er kann sagen, guck mal, Justiz ist doch ganz schlecht eigentlich. Oder er kann sagen, Mediation wäre doch sehr schön. Aber immerhin, jetzt muss man sagen, Do you know the number of backlogs in Croatia? Two million? Three million? 900.000. Also die Aktenrückstände in Kroatien, also Kroatien hat zweieinhalb Millionen, ne, how many inhabitants do you have? Two and a half million? Kroatien. Ja. 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 Viereinhalb Millionen Einwohner und 900.000 rückständige Verfahren bei... Ja? So you have improved it. Okay. Also Kroatien hat sehr, sehr viele Aktenrückstände und deswegen haben die eigentlich ein großes Interesse, dass dieses Verfahren in der Mediation abgeführt werden kann. Dieser Court Agent ist zuständig dafür und der Vorteil ist, dass der Richter selber sich nicht um die Akquise für Mediation kümmern muss. Also der Court Agent ist nochmal eine neutrale Instanz. Der Nachteil ist, dass dieser Court Agent aber vom konkreten Fall keine Ahnung hatte. Kann nur allgemein Plätze sagen und so ist der Erfolg. Also in Kroatien war es mäßig. In Holland ist das gleiche Ergebnis. In Holland geht man immer mehr dazu auf den integrativen Gedanken der Mediation und die Richter, die in Mediation ausgebildet sind, können das selber sehr gut entscheiden und meine Erfahrung ist, ich habe es immer genannt, als ich Richter war, ich mediiere an. Das heißt, ich fange einfach an zu mediieren und im Lauf dieses Prozesses haben die Parteien eine Erfahrung davon, wie Mediation funktioniert und dann ist die Frage, wollt ihr das extern machen, viel leichter zu stellen und auch leichter zu beantworten. Spannend war für mich, die eine Schnittstelle ist wohl definiert und im Ausland sehr, sehr deutlich. Also es gibt eine klare Abgrenzung der Mediationsabteilung gegenüber der Gerichtsabteilung. Es gibt, du hast den sehr schön, Akten mit einer eigenen Farbe, mit eigenem Aufschrift, eigener Briefkopf. Also es ist wirklich eine völlig bedrehte Sache von der Justiz. Bringt natürlich auch viele Investitionen mit sich. Ich wundere mich immer, warum ist diese Schnittstelle so im Visier und nicht die andere? Also dann, wenn die Mediation scheitert. gescheitert. Wir kümmern uns dann nicht darum, wie geht es weiter mit den Parteien, sondern wir sagen, sorry, es ist gescheitert und dann gehen die wieder zum Anwalt und landen wieder bei Gericht. Meine Erfahrung ist aber die, ich erinnere einen Fall, der mich sehr beeindruckt hatte in Altenkirchen, war mal eine Anwältin, ohne dass sie ein Gerichtsverfahren hatten, rief die mich an und sagte, Herr Dossen, können Sie nicht mal einen Termin machen, ich komme mit meinen Mandanten nicht klar. Und da ist mir klar geworden, eine Not, die Anwälte haben und die Parteien haben, stellen Sie sich vor, Sie wären krank und ich wäre Ihr Arzt und ich sage Ihnen, Sie sind lebensgefährlich krank und Sie haben Krebs und Sie werden morgen sterben. Dann gehen Sie ganz sicher zu einem Ahn-Experten und lassen diese Entscheidung überprüfen. In der Justiz gibt es das eigentlich nicht. In England gibt es ein sehr schönes Verfahren, das heißt ENA, ich vergesse immer, wofür die Abkürzung steht, Early, Natural, weiß nicht was. Das heißt, Sie können, ohne dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist, zum Richter gehen und können ihn fragen, wie würdest du diesen Fall entscheiden. Das gibt Orientierungshilfe. So in dem Fall, wo die Anwälte mich angerufen hatte, ging es um nichts anderes. Das heißt, die Partei hat ihr nicht wirklich geglaubt, dass ihre Rechtsauffassung richtig war, aber sie war richtig. Und als ich das als Richter gesagt habe, war alles easy und die Parteien haben sich vereinigen können. Das heißt, so die Zusammenarbeit wird von den Mediatorn immer unidirektional gesehen, auch von der Justiz. Das heißt, die Justiz muss abgeben in die Mediation. So in meinem Verständnis von der Welt ist die Zusammenarbeit aber durchaus auch bidirektional. Und was auch schon mehrfach gesagt wurde, ich sehe die Richter, Anwälte als ein Team. Und letzten Endes arbeiten wir alle am selben Ergebnis, nämlich eine konstruktive Konfliktlösung für die Parteien herbeizuführen. Das heißt, irgendwo haben wir ein gemeinsames Ziel. Was ich jetzt versuche, ist, Sie auf einen anderen Rahmen des Denkens zu bringen, mehr auf die Metaebene, nämlich darauf, wie sieht das aus mit den Verfahren über die Verfahren. Welches Verfahren regelt denn überhaupt, was passiert, wenn ein Verfahren scheitert und wenn ein Verfahren erfolglos ist, wie die Verfahren miteinander kombinierbar sind. Dafür haben wir keine Regel, außer integrierte Mediation. Das wäre in unserem Denken mit drin, weil wir im Prinzip die Sicht nicht aus der Verfahrenslogik sehen, sondern aus der Kundenlogik. Das heißt, der Kunde hat ein strategisches Konzept zur Konfliktlösung und das Dumme oder Glückliche ist, das ändert sich alle fünf Minuten, weil er macht es ja abhängig von dem, was die Gegenseite tut. Und jetzt wird das im Prinzip der Gang durch den Konflikt wie ein, ja, wie kann man sagen, Amoklaufer. Das ist kein straighter Weg, sondern es geht hin und her und er hat eigentlich gar keine Unterstützung darin, den Weg so zu führen, dass man das ganze System im Blick hat. Oft wechselt er auch den Anwalt. Wenn er meint, der Anwalt sei nicht erfolgbringend, geht er zum anderen. Das ganze Spiel fängt von vorne an. Das ist so ein Schnipselwerk, aber so eine durchgängige Logik oder ein Verständnis dafür, was muss ich tun, damit ich zu einem konstruktiven Konfliktergebnis komme, was auch nachhaltig ist, gibt es bei uns nicht. Es wäre auch kein Verfahren wahrscheinlich, was das machen kann, sondern mehr die Verfahrensweise, wie gehe ich grundsätzlich vor mit meinen Konflikten und da ist integrierte Mediation eigentlich die Antwort, die man geben kann. Das heißt, wir unterwerfen die Verfahren der Mediation und machen es nicht umgekehrt. Ja, was anerkannt ist, wo ich kein Problem kriege, wenn ich jetzt mit jemandem von einem anderen Verband spreche, dass es möglich sei, mediative Techniken in einem anderen Setting anzuwenden, also Beispiel Gerichtsverfahren, da besteht großer Konsens. Meine Erfahrung ist, es nutzt wie gesagt aber nichts, wenn ich im Nullsummenspiel bin. Wir reden netter miteinander, aber ich bin immer noch in einem strategischen Spiel und behalte mir vor, durch Vernichtung den Prozess oder den Konflikt zu lösen und gehe auch immer noch davon aus, dass das funktioniert. Das heißt, wir brauchen mehr als nur Techniken der Fragestellung oder aktives Zuhören. Das ist sehr wichtig, aber es wird meine Strategie nicht verändern. Was wir brauchen, ist im Grunde den kompletten Werkzeugkoffer der Mediation und der sieht so aus. Das heißt, ich sage meinen Studenten immer, wenn die Mediation scheitert, liegt es an der Haltung, es liegt an der Struktur, damit meine ich die Ablauflogik. Was haben wir noch? Genau, es liegt nie an den Techniken, es liegt immer an der Haltung, an der Strategie oder an der Methodik. Und mit Methodik meine ich das Verstehen. Techniken sind gut, helfen die Mediation schneller und perfekter zu machen, aber ich denke nicht, dass Techniken alleine zum Gelingen oder Schaden der Mediation beitragen. Wenn ich als Mediator die Haltung eines Richters habe, kommt kein mediatives Ergebnis dabei raus. So einfach ist das. Sie können sich jetzt überlegen, was wäre, wenn ich als Richter die Haltung eines Mediators hätte. Was käme dann dabei raus? Ja, meine Empfehlung ist, wenn ich alles das, was ich im Ausland so erfahre, zusammenfasse, wir sollten es nicht nachmachen. Wir übernehmen viel von Amerika. Das beste Beispiel, was mir gerade einfällt, ich war mit Monika in Österreich als Trainer und dann gab es ein Feedback und dann wurde mir, wurde ich kritisiert, ich würde immer warum fragen, das sei, wie haben Sie gesagt, das sei auf der Watchliste. Warum dürfte man nicht fragen? So, ja, ganz genau, also der Hintergrund ist, man hat das von Amerika übernommen, da ist Don't Ask Why, weil die Frage nach dem Why heißt, ist eine Aufforderung zur Rechtfertigung, aber im Deutschen ist das Warum hat verschiedene Bedeutungen. Es kann bedeuten, warum hast du das getan? Die Frage wäre nicht erwünscht, aber es könnte auch bedeuten, warum willst du das haben? Und die Frage ist sehr erwünscht, dann wäre es nämlich mehr und wozu. Aber das passiert, wenn wir einfach Dinge kopieren, ohne darüber nachzudenken, ohne die Trans zu transformieren und die Justizen in den Angelsächsensystemen, die ist wirklich so unterschiedlich, dass man einfach nicht kopieren sollte, sondern überlegen sollte, das ist ein interessantes Vorbild, aber wie würde das in unsere Welt hineinpassen? So, das meine Zusammenfassung und mein Credo ist, don't copy it, be it. Danke schön. Applaus 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 Applaus